Hallo und Willkommen zu Let's Play ARK! Oh Gott. Ja, ARK Part 2 ist angesagt, liebe Freunde. Und ja, ich muss mir... Seit wann kann ich Fackeln craften? Okay, wir waren in der letzten Folge ja dabei. Hier unser... Aaron ist übrigens auch dabei. Hallo Aaron. Ach wirklich? Ich bin auch dabei. Hallo. Pisser. Ich hoffe, dass die Audioqualität jetzt hier im Spiel und auch von Aaron allgemein besser ist. Wir haben da jetzt... Komm her. Komplett neue Möglichkeiten haben sich da unten... Wenn ich... Ey, das war nicht cool. Nein. Okay, wir müssen erstmal... Warte mal, wir wollen... Lassen wir erstmal das Haus zu Ende bauen, dass wir schon mal so keinen Unterschlupf haben. Welches Haus? Das ist kein Haus. Das ist eine Scheune. Mann, ja, lass uns erstmal die Scheune fertig bauen, dass wir darin erstmal schlafen können. Ich lebe gleich wieder. Moment. Aber getrennte Betten, ne? Also... Ich muss zugeben, ich hab noch nie bis zum Betten gespielt. Ich weiß, ob ich nur noch Betten machen kann. Ich war immer nur bei dieser Strohhütte. Das wäre gut. Ich hab auch noch Hunger. Gut. Am besten, wenn ich gleich tot bin, nimmst du meine Items. Okay, pass auf. Bei mir ist alles Slow-Mo. Okay, ich glaube, ich bin... Äh, wir müssen ganz... Irgendwie nicht mehr da. Bist du kurz zufällig eingeschlafen? Hallo. Weiß ich nicht. Nee. Warte, hier steht irgendwas. Kann sein. Du bist betäubt. Hast du irgendwie... ...viele Bären gegessen? Hast du... Nein. Hast du welche Tabletten dabei? Oder einen Arztkoffer? Warte, ich guck mal, was da steht. Wie will ich... Nö, da steht nur bewusstlos. Mach was. Oh, hallo. Boah. Ich bin kalt, war hungert. Alles. Wahrscheinlich bist du deswegen gewusst. Jetzt werde ich tot. Nein. Reiner Zunfall. Okay, gut. Okay, du warst Ostzone, ne? Du kannst einfach warten, damit dein Menschen wieder spawnen. Da musst du keinen neuen erstellen. Und wenn du neuen erstellst, fängst du wieder bei Level 1 an. Und wenn du eben keinen neuen erstellst, dann ist das besser. Wie lange muss ich denn warten? Weiß ich, steht da irgendwie zufällig spawnen oder so? Ja, steht zufällig, also am zufälligen Ort. Ich bin auch gestorben. Was soll denn das, Alter? Ja, mach einfach, wir gehen zufälliger Ort, du spawnst sowieso eigentlich da. Bei uns in der Nähe. Nee. Doch. Ganz woanders. Das ist ein Walrus? Nee, das ist ein Elefant. Nee. Giraffe? Also ich... Dino. Dino. Jetzt bin ich mir sicher, es ist ein Dino. Hä, Aaron, du musst einfach nur hierher laufen. Da hinten, wenn ich irgendwie sehe... Ah, doch. Oh, Kai, hallo. Hallo, ich winke. Ja, guck mal, ich recke meine Fäuste in die Luft. Ja. Das muss wahre Liebe sein. Das sehe ich gar nicht von hier aus. Ach, jetzt, okay. Ja, wahre Liebe. Ich glaube auch. Die Dinos hier sind, äh, freundlich. Ist das so? Außer wenn du sie haust. Ja, das haben wir schon gesehen. Ich glaube, Daryen ist immer noch wütend auf dich. Das ist zu Recht. Wir können die Dinos nachher erstmal töten. Oder später. Hier ist gleich einer. Wenn ich wüsste, wo mein... Dude ist. Den mache ich jetzt. Hier. Level 2, weiblich. Bleib doch mal stehen. Irgendwas mit P. So, ins Gesicht. Hö, er rennt weg. Level 2 müsstest du eigentlich sogar bekommen. Nee. Tschüss. Okay, pass auf, wir müssen mal eine Leiche finden. Die liegt hier irgendwo, glaube ich. Oder alle meine Items sind weg. Das passiert bei mir immer, wenn ich... Nee, da ist... Da ist meine Leiche, jawohl. Oder das ist... Nee, das ist meine Leiche. Wo bin ich denn hier? Verreckt. Ich glaube, das bin ich. Stein... Bin ich das? Alles wieder am Start. So. Wir brauchen noch Holz. Eigentlich brauchen wir alles. Nee, ich hab doch alles. Ich hab das gerade aus meiner Leiche rausgenommen. Ich wollte nur gucken. Da wir immer an Hunger sterben, crafte ich jetzt einen Speer. Okay. Mir fehlt... Alles. Ach, mir fehlt Stroh. Für ne Axt. Hast du... Was ist denn jetzt hier los? Okay, sag mal, was brauchst... Was brauchst du denn alles? Warum schlägst du mich eigentlich immer? Hä? Welche sind Bros? Ich hab den Baum gehauen. Ja, 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 ja. Ja, gut. Was brauchst du denn? Also. Ich brauche sieben Holz, zwei Feuersteine, zwölf Hasern. Warte, ich mach mir erst mal ne Axt. So. Nochmal bitte. Was brauchst du? Nee, Mann. Was brauchst du? Sieben Holz. Zwei Feuersteine, zwölf Hasern. Holz liegt da. Feuersteine. Achso. Äh. Liegt da auch. Und Fasern. Kann ich dir grad nicht dienen, weil die brauch ich selber. Da musst du einfach hier über die Wiese laufen. Dann pflückst du die automatisch. Okay. Ich brauch die für unser Haus und ich kann dir nämlich... Ähm. Ich glaub, ich hab mich in der letzten Folge verklickt. Toll. Ich kann nämlich jetzt... Ja, du bist der Profi. Eigentlich wollte ich nämlich uns ein T-Shirt machen, aber ich bin mir grad nicht mehr sicher, ob ich das... Na gut, egal. Ich brauche jetzt Stroh. Gut. Du kannst ja... Bist du dir sicher, dass... Dass man hier Fasern vom Boden aufnehmen kann? Ja, du läufst durch diese Wische. Und dann kriegst du das. Nee. Ah doch, vier Fasern. Yes. Also ich komm mir erst mal um das Haus und du um das Essen, okay? Geht klar, Chef. Ich glaub, ich kann jetzt schon... Sperr? Oh. Böllfasern. So, ich müsste eigentlich schon wieder was craften. Jawohl. Bauplan. Sperr. Dann brauchen wir drei Wände, eine Tür und ein Türeingang. Drei Wände. Reicht, ne? Ja, man. Drei Wände und eine Wand mit einem Loch. Das reicht doch. Oder... Und dann können wir später... Also können wir das erstmal als Wohnung benutzen. Machen wir da Kiste rein als Lager. Und dann können wir weitergehen. Oh nein, ich hab ein Level ab. Vielleicht kann ich mir jetzt das Dach upgraden. Äh... Was für ein Dach? Wir haben tatsächlich mal Wände. Ja, aber ich hab jetzt... Achso, du hast den Sperr, ne? Ich sammle jetzt Essen. Hier. Frau Dodo. Level drei. Oh. So, Sperr ins Gesicht. Ja, paar ziehen. Ich möchte auch hier... Mh... Wo ist Fleisch? Warte mal. Ja, Haut. Du hast den Sperr erlernt. Dann erlerne ich am besten die Hose. Die Hose. Und den Schlafsack erlerne ich. Und... Ja. Ich erlerne die Schuhe. Level ab, yes. Du musst level ab. Dann erlernst du am besten das Stoffhemd und alles andere außer die Hose. Dann bist du für die Kleidung zuständig, okay? Moment, was? Stoffhemd? Du erlernst alles außer die Stoffhose. Stoffhemd. Ich bin überladen. So. Was noch? Stoffschuhe. Und kannst du schon eine Kiste machen? Nee, ne? Oder irgendwie eine Truhe, was wir lagern können? Nee. Okay, schade. Wasserschlauch? Nee. Handschuhe? Ja, mach erstmal alles. Was? Kleidung. Was? Es gibt uns ja Rüstung. Äh, wo bist du gerade? Kannst du gerade essen? Kannst du schnell zu hier laufen? Ich hatte nämlich 100 Holtz, die über sind. Und ich kann nämlich nicht mehr laufen, weil ich überladen bin. Kann ich dir die mal kurz geben? Wenn ich das noch tragen kann. Wo ist denn das? Äh, liegt hier. Ist weg. Nee, müsste irgendwo hier liegen. Ist weg? Als ob das weg ist. Hier liegt's doch. Hier. Wo denn? Hier. Nein. Da. Hier ist nichts. Hier, Mann. Das ist ein Busch. Ich nehm's nochmal wieder auf. Warte, ich schmeiß es mal da ein. Äh, da. Diese große Hand wieder. Da liegt's jetzt. Du stehst genau drin. Da. Hier ist nichts. Warte, da sind wir an einem Stamm? Ja. Da ist zumindest irgendwas grün. Hä, hier liegt doch die Kiste. Nimm die doch auf. Was für ne Kiste, Mann. Hier ist Gras. Auf dem Boden. Egal, dann nehm ich das erstmal wieder. Slow-mo, ey. Ja, ich kann nicht verlaufen. Egal, schau auf die. Leg nochmal hin. Leg nochmal hin. Ach, da ist es. Ja, nimm das jetzt. Jetzt seh ich's auch. Gut, ich boah dann erstmal hier die... Ja, komm her. Wohin soll der Eingang? Richtung Meer, oder? Ja, sicher. Ich kill gerade erstmal Dinosaurier. Oh, lol. Da ist, glaub ich, ein T-Rex. Oh, nee. Das ist so ein... So ein Mini-Ding. Yes. Nein. Wie, mein Speer ist kaputt. Ach, lächerlich. Jetzt hab ich nichts mehr. Könnte gefährlich werden. Äh, wo ist denn unser Feuer? Da. Da können wir nämlich... Da ist Holzkohle drin. Dann pack ich da mal ein bisschen Holz rein. Ah, nee, warte. Ich hab ja jetzt genug. Okay, dann muss ich mal kurz gucken. Äh, was brauch ich denn noch? Bauplan. Okay, ich brauche Stroh. Jetzt baue ich mal kurz mit der Hand ab. Oder? Nee. Ich hab jetzt sieben rohes Fleisch. Nice. Die kannst du im Ofen braten. Haben wir einen Ofen? Ja. Ah, das ist Feuer. Halt. Ne? Hast du einen gebaut? Dein und so? Nein, aber wir müssen das Fleisch da reinmachen, dann das Feuer anmachen. Dann müsste es eigentlich automatisch gebrutzelt werden. Gebrutzelt? Wir müssen gucken, wie wir Truhen bekommen, dass wir unsere Sachen da reinpacken. Ach, hier ist Holzkohle. Machen wir mal gerade so eine Spitzhacke. Erstmal nehmen. Ja, Holzkohle kommt man halt, wenn man, glaube ich, Holz verbrennt. Okay. Ich möchte jetzt gerne Fleisch raufhauen. Ich sammle jetzt mal Stroh. So. Funktioniert das? Ich glaube, ich verbrenne das Fleisch gerade. Wie jetzt? Nee, der müsste dann eigentlich... Äh, eigentlich müsste dann da... Oh. Jetzt habe ich alles vorher geschlagen. Okay, pass auf. Wo soll die Tür hin? Feuer, aua, aua. Wir müssen eigentlich reden wie Steinmenschen. Ja, du sagst mir erst mal lieber, wo die Tür hin soll. Ja, zum Meer hin. Haben wir doch gesagt, hier vorne. Da ist doch eine Tür. Nee. Nee, da... Ist doch keine. Also ich kann jetzt die Tür bauen. Ja, hier vorne. So an der Ecke. Nee, also die Tür kann entweder hier hin... Oder hier. Nicht an der Ecke hier vorne. Nee. Das ist ein Stil. Ich weiß nicht, siehst du das hier gerade? Nee. Ich baue die einfach da hin. Mach mal, wie du denkst. Wow. Das sieht aber scheiße aus, ey. Holy shit. Nee, nee, nee. So nicht. Also, Tine Wittler würde das auch anders machen, Kai. Jetzt... Die hat auch vier Wände. Und ich hab drei. Ich hab schon wieder Fleisch gegessen. Das wollte ich gar nicht. Man kann die Tür auf E öffnen. Dann kann man hier reingehen und dann ist alles schön. Leg das Fleisch jetzt einfach auf den Grill. Wenn du was hast, gib mir mal eins zum Essen. So, wir ins Feuer rein. Dann liegt was drin. Okay, ich mach mir gleich mal ein Strohdach. Oh, ich hab das Feuer ausgemacht. Toll. Ich hab mir so viel Mühe dabei gegeben. Rohes Fleisch. Hä, wo ist denn das richtige Fleisch? Da drinne. Nenn, da ist nur rohes Fleisch drin. Ja, das musst du noch braten. Wurzeln. Gibt keine Phase. Achso, ich hab's, ich hab's. Ich ess das mal kurz. Ist das jetzt gebraten oder nicht? Ja, ich hab ein gegrilltes Fleisch gegessen. Nice. So, wir müssen jetzt Fasern suchen. Wenn du welche hast, das wär ganz cool. Hab ich schon. Ich stell aber gerade wieder ein Speer her. Ja gut, der macht das. Für mehr Essen. Das ist auch gut. Du bist ja fürs Essen zuständig. Du bist mehr der Farmer als der Bauer, oder? So sieht's aus. Ah, diese Insider wieder. Herstellt. Nice. So. Das Dach müsste... Deh, 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 deh. Äh, Stroh. 15, 13. Okay, ich brauche noch zwei Stroh. Speer ist weg. Hey. Du bist überladen. Ach, da ist er. Dach gerade schon. So. Nächstes Tier. Hier ist gar nichts mehr. Weg, 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 weg. So. Äh, wir brauchen dringend ne Kiste, Mann. Ja, mach du das mal. Ja, ich kann das noch nicht craften. Ich muss dafür erst, glaube ich, Level 5 sein. Oh. Auf jeden Fall kann ich schon mal ein Strohdach machen. Das ist gut. Hör, was ist das? ETF. Das Löwe? Nee. Okay, nice. Wir haben... Wir haben ne Bu... Du verlässigst zulässigen Bereich. Du musst näher bei dem Haus bleiben. Aaron, wir müssen uns immer zusammen aufhalten. Hier sind keine Tiere mehr. Ich muss da näher bleiben. Klar, hier vorne sind ganz viele. Was heißt denn hier vorne? Bei unserem Haus. Hier ist so ein Bär. Ah, jetzt spawnen die es wieder. Geh mal nicht so weit weg, sonst kann ich nicht zum Haus gehen. Ich werde dann weg. Irgendwann bei unserem Haus ist so ein gefährlicher. Ui. Wir haben richtige Assi-Bude. Nice. Okay, ich guck mal kurz, wie es aussieht. Ähm... Ach, hier ist ein Dodo. Ein Holzschild. Und... Oh, 27. Meinst du, den schaff ich? Achso, ein Schlafsack liegt eins wieder, Überlebungspunkt. Dann baue ich uns mal kurz zwei. Vielleicht können wir Freunde werden. Hallo, Frau Dodo. Tierhaut. Aaron, hast du Tierhaut? Ja, hab ich. Wie viel? Ganz viel, warte. Nenne dich... 50 Stück. Ritter. Wenn ich zwei machen muss, brauche ich 50. Ritter, die... Dodo-Frau. Hm. Nice. Freunde fürs Leben. Töten. Oh. Kannst du mir gleich mal kurz... Yes. Kannst du das gleich mal kurz bringen? Die Haut? Sofort. Oh. Unser Hausnummer ein bisschen größer. Oh, mir ist heiß. Ich bin heiß, Kai. Ja, geh ins Wasser. Dann bewahrst du erstmal einen kühlen Kopf. Ich hab zu viel gekillt. Deswegen bin ich so heiß. Warte, was willst du jetzt haben? Tierhaut. Tierhaut. Ja, sicher. Äh, vier Stück. Wenn du hast... Wenn du hast, nämlich auch noch Fasern. Die brauche ich jetzt selber für die ganzen Speere. Die gehen so schnell kaputt. Fallen lassen. Und ich habe hier ein bisschen Fleisch wieder. Ah, nein. Oh. Ich hab so... Ich hab so... Ich hab so ein fucking Strohdach gecraftet. Das ist doch nice. Nee, ich wollte eigentlich ein... So die... Die Klappe. Kann man so aufklappen. Hier ist dann unser Lambo-Spiel da drin. Der fährt dann da so raus. Okay, ich brauche Fasern. Ähm, ich brauche... Die Tierhaut. Dann kann ich uns nämlich Schlafsäcke craften. Hörst du das? Was denn? Hörst du es nicht? Die Tür macht Geräusche. Hä? Irgendwie kann ich die Tür in alle Richtungen aufklappen. Ja, ich kann sie nicht aufmachen. In gar keiner Richtung. Echt nicht? Nee. Ja, dann lass ich es einfach rauf. Gut. Ach so. Ähm. Da kommen ganze Flieger rein. Das weißt du, ne? Ich baue gerade mal ein Strohfundament. Kannst du ein Fliegengitter craften? Ich habe jetzt... Ein Moskitonetz? Also ich habe jetzt... Überhaupt irgendwelche Betten? Wir brauchen... Wir brauchen mehr. Hui. Ist das okay? Schöne Terrasse. Ich habe noch Fleisch. Oh, ich habe es gegessen. Warte, Aron, komm her. Ich lade dich mal ein. Ach so. Stammes, Buggi da. Dann müsstest du eigentlich dann... Wenn du annimmst, müsstest du eigentlich hier die Tür auch aufmachen können. Ja, stimmt. Okay, gut. Ey, nice. Irgendwie war das gar nicht. Lauf, Tür zu. Lauf, Tür zu. Brauchen wir noch Fasern, Holz und Stroh, dann kann ich... Und ich muss dringend mal ein Level abkommen. Ja, ich auch. Bin kurz vor Level 5, das heißt... Truhen bauen. Kurz vor Level 5? Wie viel XP hast du? Ich habe 59. Äh, 52. Okay. Äh, Fasern und Stroh brauchen wir. Aber du bist Level 3, oder? Nein, ich bin Level 4. Ach so. Wow. Erstmal... Vielleicht sprachen wir... Ich mach mal unser Haus noch ein bisschen, direkt ein bisschen größer. Mach das. Ich mache so vier Fundamente, okay? Vier? Ja, dann haben wir erstmal ein bisschen Platz. Dann können wir da fast einen Walzer tanzen. Für die ganzen Designermöbel und sowas, ne? Ja. Die wir nicht haben. Aber lass uns jetzt erstmal eine Aufnahme und Pause machen. Und dann, äh, man muss das spielen, oder? Jetzt schon? Ja, jetzt ist... Die Zeit ist vorbei, Freunde. Und, äh, ja. Es tut mir sehr leid. Aber in der nächsten Folge machen wir direkt weiter. Wow. Tschüss. Tschüss.